Hallo meine Lieben! Schön, dass ihr wieder da seid zu meinem Kanal Sensitive und Intuitive Tierkommunikation. Heute in anderer Location und mit anderem Hintergrund, aber trotzdem bin ich weiterhin für euch da. Und heute würde ich gern mit einer Buchempfehlung zu euch kommen. Ich kenne diese Dame nicht und ich bekomme auch kein Geld dafür. Es ist nur so, dass wenn ihr euch denkt, ach diese Silvana, was will die denn und was ist denn überhaupt hier eine komische Tussi? Es ist immer meine persönliche Wahrheit, die ich euch weitergebe und ihr könnt euch aussuchen, was ihr davon gerne annehmen möchtet oder was nicht. Und wenn ihr vielleicht noch weiter auf diesem Feld forschen möchtet, dann kann ich euch dieses Buch wirklich sehr ans Herz legen. Und ihr könnt euch dem Thema etwas mehr nähern unter Umständen als nur durch meine Videos. Das würde mich sehr freuen, auch wenn ihr oder wenn noch mehr Leute verstehen, dass man sehr wohl mit Tieren kommunizieren kann. In diesem Sinne, stay connected, my friends. Wir schaffen das gemeinsam.